Ja, hallo und herzlich willkommen zum Adeptus-Stammtisch. Es ist mal wieder ein Magazin-Mitwoch und heute soll es um Ausgabe 7 vom Warhammer Imperium-Magazin gehen. Ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, ne, aufmachen. Ich muss übrigens anmerken, natürlich ist es kein Unboxing, es ist ein Unhefting. Wir müssen ja den Terminlus jetzt weiter benutzen, den Daniel eingeführt hat. Ja, heute sind vor allem drei Farben drin, da gehen wir gleich drauf ein. Und wir haben wie immer das Magazin. Vielen Dank noch einmal an Aschette, die uns wie immer die Magazin haben zukommen lassen. Und ich würde sagen, wir schauen mal rein. Es geht los mit einer Namenstabelle für Ultramarines. Das ist so ähnlich wie das, oder es könnte sogar die gleiche sein, wie die, die damals im Codex-Supplement für die Ultramarines mit drin war. Und wir haben hier halt mit einem 2W-6-Wurf eine Möglichkeit, unsere Ultramarines zu benennen. Das ist sehr cool. Dann haben wir, ups, jetzt ist es mir abgegangen hier. Dann haben wir den Heldentitel der Space Marines. Und wir haben einen Ehrentitel, das ist auch cool. Das gleiche haben wir hier für die Necrons. Ebenfalls mit Ehrennamen und Einheiten-Ehrennamen. Dann haben wir die Geschichte des Indomitus-Kreuzzuges, das Wiedererwachen des Imperiums. Jetzt beginnt eine neue Ära des Krieges von Roboot Gilliman. Das Imperium im Krieg. Wer ist der Generalfeldmarschall? Was sind Kreuzzugsflotten? Überzugsflotten und die Maschinerie. Und dann kommen wir zu dem Bemalen von Space Marine Details. Das können wir jetzt tun mit den neuen Farben, die wir heute bekommen haben. Hier wird noch einmal genau erklärt, wie man eine kleine Spitze formt. Dann hier das Gold an den Details. Das Weiß auf den Schulterpanzern der Ultramarines, beziehungsweise auf den Schläuchen von den Necrons. Genau, das ist Korax White alles hier, was gemacht wird. Unter anderem auch die Gesichter zu bemalen. Das finde ich spannend. Kommen demnächst irgendwelche Gesichtsfarben? Das könnte sein. Das Schild wird weiß gemalt. Dann Retributor Armor ist das Gold für die Schulterränder, für den Chest Eagle von den Dingern. Genau, auch für die Details an dem Käpt'n. Ja, genau. Und wir haben dann den Spielbericht. Die Necrons erwachen. Das ist auf dem neuen Spielbericht, was wir letztes Mal dabei hatten, auf dem größeren. Mit drei Necron-Kriegern gegen zwei Sturm-Intercessors. Wieder mit etwas mehr Daten. Ah, diesmal weitern sie jetzt um den Wert Stärke-Widerstand. Sehr schön. Und wir haben jetzt hier die Tabelle, die wir aus 40k kennen. Je nachdem, wie stark wir sind, wie gut wir wunden zum Beispiel. Und jetzt führen sie quasi das ganze Schadenssystem hier ein. Das ist super gut. Das ist sehr wichtig, wenn man 40k spielen lernen möchte. Dann haben wir wieder einen Beispielzug, wie das Ganze abläuft mit diesen neuen Regeln. Und dann kommt der Ausblick auf die nächsten Magazine. Und die sind sehr blechkoppelastig. Im nächsten Magazin ist der Necron-Hochlord drin. Und man lernt nochmal, wie man die Necrons bemalt. Und es sind zehn. Ne, ah, Ausgabe neun und zehn sind dann die zehn Necron-Krieger. Das normale Kit mit den drei Scarabs. Und mit neuen Spielregeln. Ja, da freue ich mich drauf. Sehr schön. Viel mehr neue Necrons. Ja, das war jetzt das Heft von Ausgabe 7. Dann kommen wir noch kurz zu den Farben. Ja, Farben. Wir haben dieses Mal drei Farben dabei. Nämlich einmal Korax White. Einmal Retributor Armor. Und einmal Mechanical Standard Grey. Das Mechanical Standard Grey ist eine super Farbe, meiner Meinung nach. Ich habe das schon früher sehr, sehr viel benutzt. Das ist eins der besten Graus auf dem Markt, das es gibt, meiner Meinung nach. Und ihr wisst, ich motze gerne über Games Workshop Farben. Aber das ist wirklich richtig gut, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und deswegen freue ich mich, dass es jetzt im Magazin mit drin war. Dann haben wir das Retributor Armor. Das ist ja für viele eins der besten Golds auf dem Markt. Wenn nicht sogar das Beste. Ich persönlich bin nicht so ein Riesenfan von der Farbe. Aber das ist ja am Ende immer Geschmack. Ich weiß auf jeden Fall, vor allem, dass auch bei uns im Verein extrem viele, sehr viel von dieser Farbe halten. Und dementsprechend ist das auf jeden Fall eine gute Sache, dass ihr das so früh im Magazin mitbekommt. Weil die sieht schon gut aus, die Farbe. Das muss ich wirklich sagen. Und zu guter Letzt haben wir dann das Korax White. Das kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Da bin ich ein bisschen gespannt drauf, wie sich das verhalten wird. Das ist, wie man sehen kann, ein Off-White. Das ist nicht direkt Weiß. Und ich gucke gerade mal, ob ich auch ein richtiges GW-Weiß habe. Bestimmt. Ja. Hier ist das White Scar von Games Workshop. Und ihr seht schon, das Korax White ist eine ganze Ecke dunkler. Das heißt, es wird auch besser decken für den Weiß, was schon mal sehr gut ist. Und ich bin mal gespannt, wie das aussehen wird. Weil ein Off-White kann man nie zu oft haben. Und ich freue mich darauf, das mal auszuprobieren. Ja. Das war schon Ausgabe Nummer 7. Ich würde sagen, wir sehen uns dann, oder ihr seht Daniel dann nächste Woche mit der Nummer 8, mit dem Neckhornlord. Und bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.